ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Herzlich Willkommen zurück bei Our Town Real Life Heute mit einer neuen Patch Version Ich guck mal ganz kurz was sich geändert hat Ach hier guck mal HD-Texturen mit irgendeinem komischen hässlichen Vogel Naja ist egal Wir starten hier mit unserem super gut aussehenden Charakter Die HD-Texturen sind jetzt wirklich fulminant Und man kann jetzt auch ein bisschen schneller laufen Ich demonstriere das gerade mal Also mit dem Laufen klappt noch nicht so gut Ah Ne zu dem will ich nicht Der bestimmt eine geile alte Ach guck mal da hinten pass auf Da geh ich mal ganz kurz jetzt nach links bitte Genau da geh ich mal ganz kurz in den Pirsch-Modus Und jetzt ein bisschen hier ne Brunft-Modus aktiviert Und jetzt hin zu der alten Mhmmm Oh Hallöchen Alter Scheiß Steuerung Ich will nicht zu dem Typen Ich will zu der alten da hinten Mann Ah Hey Toph Was machst du denn hier? Ist doch bekannt Herr Ranz Toph Wusstest du dass die Feuernation einen Angriff plant? Nein Nur das Moment Lass uns doch mal die anderen suchen Kommst du mit? Ja lass das machen Aha Na ist ja schön ich brauch nur einen Job Boah ist voll spannend und wie schafft ihr das hier aus dem Palast zu holen? Äh Willst du diese Scheiß Quest oder nicht? Ja 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 komm Gib her Ist mir egal Äh ich brauch die Kohle Ich nehm jeden Scheiß Laber nicht lang rum Ich nehm mir die Abkürzung Und zwar über den Loading Screen Oh die ist ja geil Die würde ich klar machen Die Alte hier So auf jeden Fall gehen wir hier Was ist das denn? Du kommst nicht vorbei Der türkische Gandalf Bist du Gündulf oder was? Aber super Mütze Aber super Mütze Ist das die neue Kick-Kollektion oder wat? Mittelalter Graffiti kein Problem So und jetzt Oh Action Musik Jetzt gehts gleich richtig los Oh 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 Feuerzauber aktivieren Und jetzt mal gucken So erstmal kurz das Spiel speichern Dann müssen wir die Alte nicht normal umfriemeln Hä? Ähm Was ist das für ne Scheiße? Boah so ein Kack-Game ey So raus jetzt Scheiße So ein drecksverkacktes Mist-Game Amen